Also, ich hoffe nicht, ich mache mich kurz, ich mache das nicht so lange, die wichtigsten Einflüsse und so weiter sind gleich schon erklärt worden. Wir haben uns ganz herzlich bei der Feierwehr Helmerstadt bedankt, dass wir das Beschluss durchzogen haben. Wir haben eigentlich bloß Bescheid gesagt, dass wir jetzt noch feiern wollen und unter Organisationsbesinn zum Aufbau am Ausstand quasi vor die Feierwehr Helmerstadt begeiligt. Wir möchten uns ganz herzlich bei der Feierwehr Helmerstadt bedanken, dass Sie uns die Hilfe zukommen haben lassen. Ja, ansonsten eigentlich kurz noch ein bisschen was zu Jörgbrüchen, weil das mache ich. Naja, wir haben jetzt vier Mann, haben wir aufgefangen, wir haben den 15. September 96, ich möchte jetzt ein wenig so in die Runde drehen, ob wir sowas machen. Und dann haben wir mit vier Mann noch den Verein gegründet. Und naja, mittlerweile sind wir alle so Schluckbüchen, wie schon gesagt. Und vor einigen Jahren hätten wir jetzt noch nie gedacht, dass wir mal sowas fest aufziehen. Dann werden wir ja bei allen Jörgbrüchen und Mähenarbeiter und ja, die, wo als sonst alle geholt haben, Herberstock und so weiter, nochmal herzlich bedanken, dass sie uns nur so unterstützt haben. Ansonsten geht für die Jörgbrüchen eigentlich die nächste Saison. Jetzt machen wir die 21 Jörgbrüchen da. Was machen wir, Herr Kono? Eigentlich sind wir ja auf Ostbrüchen und Spaßtonneel wieder das Speedstarker-Turnier, vor allem in Diedenhofen, gerne in Verschäden, sind wir sehr lustig. Wir haben einen dritten Platz noch, dass man ja vor Fallspieler geht, um dann durchgemacht sein. Und ja, das ist eigentlich die Rüstung so. Aber ich muss mal nicht so stehen, wenn wir jetzt so eigentlich in der Rüstung in der Gemeinschaft sind und dass wir zusammenhalten und dass wir das Fest quasi aufschauen haben. Ja, zum Abschluss, weil eigentlich die große Saison, bleibt es ein wenig hotten. Liebe Festgestehege-Trenz-Feste, ja, das ist ein wenig hotten. Ja, so, wer eigentlich ist das so, bleibt es ein wenig hotten. Die Musik vom Okada Hannemol, der Musik hat, der spielst er nochmal. Also, die Musik spielst er nochmal und mehr wäre eigentlich die Saison von meiner Seite, naja, jetzt beschift ich nicht, weil es abgehandelt wurde. Ja, so, bleibt es noch ein wenig hotten.